abkürzung erfordert klasse sirene erfordert klasse gunstiger ich habe nicht genügend geld ich brauche 512 wir haben es ja klassenmord hier hat er ein super schild für 574 ich weiß ich könnte es mir holen ich habe dir was geklaut ich kann dir das ding erst geben ich habe es gerade gekauft was das schild oder was oder vom gunstiger hamsterklasse mod braucht jemand das schild was ein angebot ist ne kannst du dir ruhig holen michi hier ist dieses andere was da hinten noch hingeflogen ist das ist für dich so was ist das jetzt was ich vom gunstiger habe ach so so maß und speziell ist es mal wieder muni kaufen was ist mit romanz so ich bin mir voll aus so ich brauche es mal mir geht und bei denen steht da drunter hamster bei mich steht hamster ja stimmt ja ich dieses hamster die hamster ausrüstung ich bin verpflichtet zu sagen dass niemand wird nicht besiegen ganz er schreibt sich schon noch was kombiniert und herausforderungen breiter ist rang fünf ganze woche nicht selbst schon auf 10 er ist voll zum kotzen ja dadurch dass er letzte woche noch nur abgeschmiert waren sind wir daneben neu bestiegen schon eine ganze weile her hast du gar nicht mitbekommen schon fast am anfang schon fast am anfang können wir ja ne ein ohr los hä meiner rennt nicht mehr und meiner läuft nicht mehr weiß er nicht was geht denn da jetzt hä ah jetzt so lass uns aber erstmal hier hin weil hier liegen ja immer noch sachen rum gegner ne doch geradezu wenn wir unten lang laufen ja unten aber hier oben grad nicht ja wir gehen unten lang nein wir sind oben ne ich hab gesagt wir gehen hier oben noch lang eben da war nicht viel naja aber wir haben auch noch erfahrung bekommen zumindest wegen entdecken 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 hier michi warte mal hier liegt auch nämlich noch ne menge rum hier liegt auch nämlich noch ne menge rum ba hier ist das ultime wikestatt 80 scheiße hier ist das ultime wirklich statt 80 scheiße da ist er nicht mitgekriegt wo ist er hin Ultramodos. Hier sind noch Schränke. Da kommt noch einer. Wo denn? Ach, hier. Okay, passt. Der kleine Schrei, Hals. Kann man gar nicht deaktivieren, vorher meistens. Na, wo sind die Granaten? Da unten. Hier, frech, Scheiße. Ich habe keine Granaten mehr. Nein. Werfe Granaten? Ach, du bist da zugange, Michi. Ja, und gleich. Tot. Schieß auf den. Ich gebe dir Rückendeckung. Schieß auf den. Er schießt schon. Ach so. Er ist tot. Ja, durch den anderen Typen daheim. Mann, ich habe irgendwie Laufprobleme. Voll zerfetzt der Typ. Boah, ey. Eiskalt. Hände rübergepatscht. Die zerfetzen aber auch ganz schön, die Viecher, ne? Mann, hat der einen kleinen Schädel. Ich will auch passen, die Viecher ist tot. Ringvoll, ja. Und wer, du schreistigst! Medikit. Michi, Medikit. Okay. Was ist das hier unten? Ne Waffe. Ich nehme sie mal mit. Oder braucht ihr jemand? Warte mal, ich habe keine dritte Waffe. Na, ich habe auch noch keine dritte. Ich bin tot. Ach so. Ja, jetzt habe ich dich außerdem aufgenommen. Warum? Außersehen. Nein, dann verhalte. Wobei ich dich eben heilen wollte. Hier gibt's heil, Medi. Heike. Medi. Heil, Medi. Hier hinten. Hier hinten sind auch noch welche. Müssen? Ja, aber wir müssen da rüber. Boah. Oh, dann hat er wieder gefallen, ey. Was denn? Ich meine nur, wir müssen da rüber. Ja, wir haben dich schon verstanden. Oben auf der Treppe... Auf der Treppe liegt noch ein Heilkit. Sorry Michi. Oh ja. Ja, ich bin auch tot. Ja, ich komme runter. Ich denke, die kriegen wir wieder hin. Vielen Dank. Na, geht das? Danke. Na, ich habe auch... Ich geh jetzt. Hab schon. Okay. Fress scheiße, manch. Boah ey, die sind nix. Boah ey, die sind nix. Ich bin schon wieder tot. Extrem nervig gerade. Michi ist gleich ganz tot, ne? Oder wie? Versucht sich zu heilen. Ja, aber irgendwie würde ich grad nicht geheilt. Ach so, jetzt. Schild gleich daumen bei mir. Danke. Ich werde erstmal hier in die Drohnen gucken, ob da irgendwie mir liegt. Lass uns erstmal die da in Ruhe da. Hier ist noch eine, äh... Handgun. Ich sterbe. Okay. Ich nehm die mal mit. Hups. Mann. Ja, ich schmeiß die... Dir gleich hin, Mars. Erstmal muss Michi geheilt werden. Komm auf die Beine. Du bist wieder da. Auf geht's. Jetzt sollen wir weiter. Sache. Nein, bitte. Mann, nervt nicht. So, Level 10. Hm. Ähm. Beide Waffen, die ich mir angucken wollte. Wie ist zusammen mit der einen? Ja, hier hat sie dir hingeworfen. Ich bin gleich da. Hast sie? Ja, ich hab sie. Okay. Ach, der ist tot. Warte mal. Hier ist MediCat. Ich bin gleich da. Ich weiß mal wo's nach. Ja, ich... Wo? Wo ist das? Da. Ich bauchte. Gut. Erstmal ausgerüstet. Die liegen da Sachen nach oben drauf eigentlich. Hier ist ne hohe explosive Tonne. Aber hier sind schon wieder Gegner, ey. Mh. Ohhhh. Verdammt. Wie geht denn hier ab? Ja, die zünden immer voll rum. Das nervt voll. Ich hab auch keine Kanaten mehr. Autsch. Ich bin gleich down. Down. Ich bin down. Eck hoch. Oh, ich brauch gleich. Ja. Also, wir werden wohl gleich sterben. Erstmal alle. Ah, ich hab... Ich hab... Helft dir, Marci. Ja. Krall dir das Medikit. Ich... Oder ich krall mir das. Danke. Bitte? Marci ist auch gleich wieder da. Boah, ey. Wer lässt hier denn immer alles explodieren? Mann, ich hatte ihn fast. Ja, ich weiß. Jetzt hat... Ja, du belebst doch schon wieder hier. Sind eben auch sicher gegangen. Dollars. Dollars. Ich hab schon wieder Bettersrang bekommen gerade. Wartet mal, bevor ihr weiterlaufen tut. Ich hab... Einen nächsten Rang. Ja, ich bin noch hier oben. Ne, ne, bevor ihr weiterlaufen tut. Ja, ich... Ich mein nur, ich bin noch hier oben. Ach, das geht noch mal höher. Geld. Na, warte mal. Ich bin erst mal hier draußen noch. Ja. So in Form. Hier ist ne Waffenküste. Ja, hier ist ne Waffenküste. Ja, so ne Waffenküste. Ja, so ne Waffenküste. Oh, voll viel Kohle. Ich brauch's nicht. Ne, ich auch nicht. Ich hab meine. Da ist ne Leiter, wo du hochkommst. Nimm die Dachschräge, wenn's geht. Nö. Natürlich geht das. Da guck mal, ob du die gebrauchen kannst. Bin ich so der Leiter-Fan. Warte. Äh. Ja. Die... Linke. Ist jedenfalls eindeutig beide besser als die eine, die ich hier grade in der Hand hab. Hm. Dann nimm sie doch. Ja, warte. Gut, dann rustig erst mal kurz auf. Ja, mach das. Neu ausgerüstet in den Krieg. Los, komm, spattern. Aber überall sind voll viele Granaten, ne? Ja, mehr quäligerweise brauch ich jetzt welche. Ja, überlegen welche rum. Da hinten. Ja, ich hab's schon. So. Was ist hier hinten? Aaaaah. Ja, wenn du meistens was kaputt machst, dann kommt da was raus. Hier hinten ist noch was. So war's wie hier. Kohle. Jim, wie viel man immer an Kohle kriegt? 4 Dollar oder so? Ja. Oh, manchmal aber auch mehr. So, wir müssen hier grade zu. Ja. Hm? Kommst du, Michi? Ja. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Also nicht. Gegner. Oh, wieder die kleinen Viecher. Ey, die sind voll nervig. Mhm. Da hinten kommt noch was kleines angelaufen. Ja. Vielleicht schießt du 7500 Kugeln.